Team Besprechung bei Team Wood Zwei, eins, los! Nicole Geto! Ha! Ho! flee! V-cut, flee! Ihr leg Properties abiert� take the road Jets towards you, Jets towards you Leon Er ist doch wieder hier! Los! Nicole, was ist los? Nicole? Nicole? Was machen Sie denn? Nicole? Auf der Fall! Schieß, Nicole! Was ist los? Das ist das Gerät kaputt! Auf der Fall! Jetzt sind wir gespannt! Die fünf Sekunden stellen wir durch! Ist gut! Ja, super! Ja! Wieso denn nicht gleich? Ja! Lass sie gehen! Lass sie laufen! Ah! Nicole, lauf! Lauf! Lass sie gehen! Lauf! Nicole, lauf! Ja! 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 Jetzt sind wir gespannt. Super, Arthur! Hervorragend gelaufen. Und der Julian ist auch schon da. Jetzt wird Arthur angefeuert. Ja, super! Ja, Christian, super! Wir sind immer gespannt. Was macht der Arthur? Zweimal Christian. Ja! Super! Super! Lass ihn laufen! Lass ihn hier? Lass ihn hier? Ja, ja, ja! 3, 2, 1, lauf! 2, 1, Christian! Ja! 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 Ja, die Nummer! Ja, die Nummer! Ja, die Nummer! Spitzersoper! Ehrlich! Geschädig! Musik 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 Ja, wir sind dran! Ja, wir sind dran! Schiers! Schiers, du bist gut! Wir schaffen das! Schiers! Schiers! Ja! Ja, geht zu Chrissy, sie ist! Ja! Ja! Noch einen! Ja! Chrissy! Lauf! 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 Lauf!